Freunde von oben, wenn ihr das lest, dann fürchtet das Schlimmste. Unser Plan mit euch zu entkommen ist fehlgeschlagen. Wie konnten die Watchers das nur wissen? Wie sehen sie Dinge, die noch nicht passiert sind? Wie? Ich kann die Wachen kommen hören. Sie kommen, um es zu beenden. Ja, eine Pickaxe, die bringt uns nix. Passants Sachen bringen uns auch nichts. Also ja, ich höre das gute alte Krabbelzeug und hier sind mal coole neue Texturen. Ist das da ernst? Ich kann hier nicht zaubern. Das ist nicht so schön jetzt. Okay. Okay. Jetzt wird es auch noch dunkel. Oh ja. Gut. Das war meine letzten Pfeile. Das macht überhaupt keinen Schaden. Also bitte. Ja. Miss. Miss. Du zählst leider nicht als untot, oder? Nein. Okay. Okay. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Ja, ich muss sagen, Fernkämpfer sind in dem dann schon ein bisschen nutzlos. Stehe ich immer noch in einer Anti-Magische-Zone? Au. Okay. Es ist ein. Das ist kein schöner Ort. Ich glaube, ich nehme den normalen Weg mal in die Horus-Mien. äh, tot, Ausrufezeichen. Ach ja, und hier ist noch ein Sturz mit Zeugse. Ich habe auf jeden Fall die Pointe verstanden. Ich sollte von hier aus eigentlich noch mal hochgehen. Ähm. Hier, hier, hier. So, wie die hier rauskommen, mal mein Zeug, äh, mein Bone-Zeug, mein Bone-Craft-Ding-Zeug zu holen. Schädel habe ich hier ja jetzt ein paar. Oh ja, hier sollten wir auch auf jeden Fall ausmisten. Das ist eine Nachricht, die kann weg. Die Nachricht kann auch weg. Ground and Sword Secret behalte ich mal. Das kann weg. Das kann ich auch mal weglegen, so. Habe ich hier noch ein bisschen Essen. Das kann alles hier in die Ecke. Wobei die Schuriken-Armbrust nicht schlecht ist eigentlich. Sie verschießt halt blöderweise nur Schuriken. Meine Attack-Power 30. Also sie wiegt aber auch einiges mehr. Und ich habe nicht so viele Schuriken. Ich habe hier nur 5. So habe ich... Das kann auch mittlerweile mal hier bleiben. Sagt die mal kurz, alle wieder ein. Solche Munitionssachen lege ich besser hier hin. Hier ist der wertlose Tant. Circular of War. Ja, du bitte hältst hoch ums Krone. Bitte. Premium Headwear. If you can get it. Das ist lustig, ja. Dann nehmen wir mal die beiden Armbrüste. Die Bücher sacken wir auch mal kurz ein. Und packen sie woanders hin. Ist es zu fassen, wie viele Bücher ich hier habe, die ich einfach nicht benutzen kann? Ja, das ist ein Wurf Ranger Equipment sogar. Ich hätte ihn auf Ex-Diskillen sollen. Egal, jetzt ist es eh zu spät. Zwei Assassin's Taggers hätte ich ihr beide geben können. Cardio's, ja. Weil Assassination genötigt wird. Bogen. 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 Gut. Waffe. 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 Hier sind auch wieder ein paar Schriftrollen. Viele Bücher. So. Ach ja. Und noch mehr Schuriken. Ah, Blödsinn. Da ist Sauermanns, äh. Geilig der Halle. Ich will hier in die Horus-Mien. Ne, Palast-Dungeon. Da war ich jetzt gerade. Davon habe ich erstmal die Schnauze voll. Und hier geht keine Magie, oder? Doch, hier geht Magie. Neue Arbeiter auf die Platte treten. Noch scheint das hier zu gehen. Oh. Oh. Okay. Ja. Gut. Gut. Ich habe die Pointe verstanden. Okay, Wache Nummer 2 will sich erstmal nicht bewegen. Zum Glück war ja mein letztes Autosave oben am Kristall. Solang es nur die beiden Wachen sind, geht's. Vielleicht kann ich, was auch immer meine Magie unterbricht, hier unten irgendwo finden. So. Und solang es nur der eine ist... ...wurde ich zaubern kann. Ist alles gut. Ich frage mich immer, wenn ich den Blitz sehe mit den Zweizahlen, ob ich dann doch einen Schaden mache. Das kann ich übrigens auch mal machen, um den Stab wieder aufzuladen. So. 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 Da liegt ne Fackel. Da ist nichts. New Worker Provisions. Ja, da gucken wir nochmal noch schnell rein. Ne Wascherflasche. Hat ihren Nutzen leider verloren für uns. Das Essen eigentlich auch, aber ich nehm es trotzdem mal mit. Das ist nämlich leichtes Essen. Ich hätte noch einen Sack gebraucht. Oh. Das ist schön. Neue Knopfart. Was auch immer der gerade gemacht hat. Das bringt nix. Coalstone, ja. Pyrestone. Okay, habe ich die Kartelle gemacht? Scheinbar. Ändert das was? Ah, da habe ich das Secret drauf gemacht. Weißt du was? Du nimmst mal die beiden leichteren Säcke mit der Nahrung einfach. Und das Fleisch? Nein. Das nimmst du. Pflege. Na gut. Ich würde mal sagen, bevor ich hier weiter rumöre und die Aufnahmesession noch mehr überziehe, als es nötig ist, mache ich hier einen Cut. Also. E5 speichern.